Du bist allein und deine Partnerin hat sich von dir getrennt und jetzt steckst du im tiefsten Liebeskummer. Ja und nur wenige Wochen nach der Trennung ist er schon da. Der Neue, der Ex. Ja was für viele von euch wie ein Albtraum klingt, ist für andere da draußen eine ganz bittere Wahrheit. Man muss nämlich davon ausgehen, dass diese neuen Partner schon eine ganze Weile früher da waren. Vielleicht hat eure Ex mit denen schon getextet, vielleicht hat sie sie sogar schon gedatet, vielleicht geflirtet, alles mögliche. Und ja, ihr habt es nicht mitbekommen oder ihr habt Zeichen ignoriert, nicht wahrgenommen, nicht genauer hingeschaut, was auch immer. Und die Frage, die dann immer auftaucht und die wir auch ganz oft gestellt bekommen, ist einfach, wie lange dauert denn diese Beziehung jetzt? Und die Frage ist super schwer zu beantworten und man kann auch weder Nein noch Ja sagen. Aber wir haben natürlich auch einige Erfahrungen mit dem Thema und wir haben uns auch einiges nochmal angelesen dazu. Und auch wenn die Antwort weder Ja noch Nein sein kann, so gibt es doch schon auch das eine oder andere Anzeichen, was darauf hindeuten könnte, dass die Beziehung eventuell ein bisschen dauern könnte oder auch dauert, so wie jede andere normale Beziehung auch oder auch schneller beendet ist. Und dass sie letztendlich, ja, eine ähnliche Chance haben könnte wie eine normale Beziehung, ja, man kann sagen, der einzige Unterschied zur normalen Beziehung ist ja, sie hat angefangen auf der Basis von Betrug in irgendeiner Form, dieser warme Wechsel. Das ist vielleicht nicht so ein günstiger Startpunkt, aber letztendlich sind jetzt erstmal die Bedingungen für eine Beziehung da. Ja, vielleicht haben auch beide so den Plan, okay, wir gehen zusammen in die Beziehung. Und ich sage euch jetzt mal, wann das funktionieren kann. Und ja, wenn einfach eure Ex jemanden gefunden hat, die ihrer Meinung nach, ja, ähnlich attraktiv ist wie ihr oder gegebenenfalls sogar noch attraktiver. Das könnte ein Grund sein, warum die Beziehung jetzt auch erstmal hält und eure Ex da irgendwie festmacht. Ein weiterer Grund könnte sein, wenn die beiden einfach kompatibel sind. Das heißt, sie sind sich in vielen Dingen sehr ähnlich. Es gibt zahlreiche Studien. Eine Studie der Universität Jena, die gezeigt hat, dass Ähnlichkeit verbindet. Je ähnlicher man dem Partner ist, desto länger können Beziehungen dauern. Und das kann sich auf Werte, auf Zukunftsperspektiven beziehen. Also einfach, dass man so gleiche Ziele verfolgt. Alles, was in Partnerschaften ähnlich ist, verbindet. Und was auch noch dafür sprechen könnte, dass die Beziehung dauert, ist auch die Tatsache, dass eure Ex sich vielleicht schon eine ganze lange Zeit von euch auch emotional entfernt habt und ihr das gar nicht so mitbekommen habt. Also sie ist halt einfach schon weitaus früher aus der Beziehung ausgestiegen und ohne eure Kenntnis oder ohne, dass es euch so wirklich bewusst war. Und ja, der Erfolg der Warmwechsel-Monkey-Brenching-Beziehung könnte dann höher liegen. Drei Fragen, die du dir stellen kannst, wenn du dich fragst, ob die Beziehung länger dauert zwischen deiner Ex und dem Neuen. Ja, frag dich einfach mal, wie war denn die Beziehung mit dir und der Ex? War das vielleicht vom Fundament her doch eine recht gute Beziehung? Dann wäre das zum Beispiel jetzt ein Punkt, der dafür sprechen würde, dass die Ex vielleicht auch nochmal zu dir zurückkommt. Dann, ja, wie reif ist sie emotional? Wie geht sie tendenziell auch mit Beziehungen um? Denn eher unreife Partnerinnen neigen auch schon mal dazu, auch solche mit leicht narzisstischen Tendenzen dann auch, ja, erstmal diese neue Beziehung jetzt auszuloten. Und ja, wenn da jemand ist, der den Jagdinstinkt gewechselt hat, dann kann das auch erstmal dauern. Also da nochmal der Frage nachgehen und den Punkt haben wir eben schon mal auch aufgelistet, wie steht es um die Kompatibilität der beiden, um die Ähnlichkeit. Wenn du mitbekommst, dass es in der neuen Beziehung relativ früh zu Streit, Auseinandersetzungen kommt, dass die Beziehung einfach nicht so rund anfängt, dass es immer sehr, sehr holprig ist, dann ist es ein guter Hinweis dafür, dass die Beziehung nicht allzu lange dauern wird. Viele von euch wollen immer gerne konkrete Zahlen und ja, man kann sagen, die Warmwechselbeziehung, in der Regel dauert sie zwei bis sechs Monate. Das ist so ein Hinweis. Man nennt ja dann auch diese Beziehung Rebound-Beziehung, weil sie quasi relativ unmittelbar nach eurer Beziehung beginnt. Und alles, was dann länger dauert, vor allem wenn es um dieses Thema Ex zurückgeht, dann zeigt es erstmal, dass eure Ex es sicher nicht besonders eilig hat, zu euch zurückzukommen. Und dass bestimmt eine ganze Menge an Gefühlen verloren gegangen sind. Ja, sonst wäre sie jetzt halt auch schon wieder bei euch. Und ihr müsst damit rechnen, dass diese Beziehung, ja, vielleicht sogar Jahre dauert. Und aber irgendwann wird vermutlich diese Person, die diesen Warmwechsel vollzogen hat, irgendwann wieder in alte Routinen zurückverfallen. Das ist sehr wahrscheinlich und vielleicht betrügt sie dann auch wieder diesen neuen Partner oder tut irgendwelche anderen Dinge, die das Vertrauen innerhalb der Beziehung ausstören. Und auch hier haben wir natürlich erlebt, dass nicht alle Partner da automatisch betrügen oder Partnerinnen hier in dem Fall, die den Warmwechsel vollzogen haben. Aber was du auf jeden Fall wissen solltest, ist, du bist ja jetzt hier auf dem Kanal, was irgendwie zeigt, du bist ja auch irgendwo an Persönlichkeitsentwicklung interessiert. Du willst irgendwie weiterkommen. Und im Gegensatz zu dir muss man schon sagen, Leute, die Warmwechsel in Beziehungen, sind da jetzt erstmal nicht in der Beziehung zumindest nicht so gravierend daran interessiert, sich weiterzuentwickeln, an Beziehungen zu arbeiten und, ja, für die Beziehung zu kämpfen. Und dann mit dem Partner herausfordernde Situationen zu meistern und so könnt ihr dann davon ausgehen, dass diese Beziehungen früher oder später auf jeden Fall scheitern, ja, wenn es zum Beispiel Probleme mit dem Vertrauen gibt, mit dem Gegenseitigen. Und das ist tatsächlich auch nicht ganz unwahrscheinlich, denn überlegt mal, wie die Beziehungen angefangen haben, dann oftmals halt eben, ja, über Lügen und Betrügen und vielleicht schwebt das immer auch wieder im Raum herum. Ihr könnt auch davon ausgehen, dass diese Beziehung vermutlich scheitert, wenn die Kommunikation schlecht ist, wenn, ja, wenn es eben diese, darüber haben wir eben auch schon gesprochen, diese Streit- und Missverständnisse gibt, die von Anfang an bestehen. Wenn die Unterschiede sehr, sehr groß sind, kann auch das früher oder später zur Trennung führen, kulturelle Unterschiede, religiöse Unterschiede, große Unterschiede in der Persönlichkeit, also da hat man wirklich einiges rausgefunden, je ähnlicher, desto besser. Oder eben, wenn einer von den beiden ungesunde Verhaltensmuster innerhalb der Beziehung an den Tag legt, die Beziehung entwickelt sich dann irgendwo auch nicht mehr weiter, wird dann oftmals auch toxisch, on-off. Wenn gerade diese seltsamen Verhaltensweisen durchbrechen, die vielleicht eure Ex schon in eurer Beziehung auch hatte und hat dann nicht an sich gearbeitet, hat sich nicht weiterentwickelt, dann taucht das natürlich irgendwann auch wieder auf und wird irgendwann dann zu einem Problem. Und, ja, eure Frage nochmal zum Schluss dann auch, kommen die, ja, Echsen dann wieder nach diesem wahren Wechsel, nach diesem Monkey Branching? Manchmal, ja, vielleicht erkennen sie dann irgendwann, dass die Person, die sie da gerade daten, dass die nicht unbedingt, ja, Relationship Material ist. Und, ja, sie kommen auf jeden Fall zurück, wenn sie in der Beziehung in der neuen unglücklich sind, wenn der neue Partner sie verletzt, wenn sie von dem verlassen werden, wenn sie noch Gefühle für die Ex haben oder für den Ex hier in dem Fall. Oder aber auch, ja, wenn sie so mehrere kurze Beziehungen auch nach euch haben und plötzlich haut das Karma dann immer wieder rein und sie kriegen immer wieder, ja, eine reingehauen von Karma, ist immer wieder da und dann geht es ihnen auf jeden Fall immer schlechter. Im Gegensatz dazu kommen sie natürlich in der Regel nicht zurück, wenn, ja, wenn sie glücklich sind. Und was du tun kannst, dazu habe ich ja auch ein gutes Video mal gemacht, das verlinke ich dir auch gleich nochmal oben, was du gegen die Rebound-Beziehung deiner Ex tun kannst. Und unsere eindeutige Antwort heißt darauf, tue bitte gar nichts, bette nicht, ruf nicht an, lebe dein eigenes Leben, warte nicht, warte nicht, warte nicht, warte nicht. Ich hätte das gerne eigentlich schon fast viel, viel früher erwähnt, weil ich jetzt hier die Gründe so aufgedröselt habe, kommt es jetzt eigentlich viel zu spät. Es soll euch nicht in die Warteposition drängen, das Video soll euch eher helfen, die Zusammenhänge zu verstehen, aber ihr sollt einfach auch weiterkommen. Denn diese Warterei, die tut euch nicht gut, ihr verliert dadurch wertvolle Lebenszeit, es macht euch auch irgendwie unattraktiv ein Stück weit, wenn ihr da sitzt und wartet. Das Leben ist so schön da draußen, raus mit euch, genießt es, lasst sie auf jeden Fall gehen, reduziert den Kontakt, besser ihr bekommt so wenig mit, wie eben nur nötig und im Idealfall am besten gar nichts. Und in der frühen Phase empfehlen wir auch auf gar keinen Fall eine Freundschaft mit der Ex, es sei denn irgendwie, ja, ihr seid absolut geheilt und wisst auch, ich will die nicht mehr zurück und dann ist das völlig in Ordnung. Und ja, wenn deine Ex dich dann irgendwie zurückhaben sollte, dann wirst du das mit Sicherheit nicht verpassen, du wirst es irgendwann mitbekommen. Und ja, wenn jemand dann um dich kämpft, dann wird er dafür sorgen, dass er dich irgendwie erwischt und ihr dann wieder zusammenkommt. Oder halt auch eben nicht, weil du dann einfach schon längst weitergegangen bist, dein eigenes Leben lebst, vielleicht schon ganz andere Personen kennengelernt hast, es gibt so viele spannende Menschen da draußen. Ich bin mir sicher, du kannst auch andere Menschen treffen. Ja, und du musst auch dich immer wieder fragen, Leute, die warm wechseln, du musst halt einfach auch überlegen, willst du sie zurück und ja, und wenn ja, dann sei stark genug, dass sich das nicht nochmal wiederholt und sei einfach bei dir. Hab Trennungskompetenz, wenn du dann wieder komische Dinge auch bemerkst. Ja, das war jetzt nochmal so das Letzte oder erst mal das Letzte. Mal gucken, ob wir das mit den Phasen nochmal unterbringen. Aber ich will euch ja auch nicht langweilen. Mal gucken, wie da so die Rückfragen noch sind. Es ist ja ein begehrtes Thema. Ich weiß es auch. Also wenn ihr die Phasen noch wollt, schreibt es einfach rein. Und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag oder Abend oder was es auch immer ist. Wir haben ein paar Videos hintereinander abgedreht, deswegen ist jetzt hier noch Tag. Und ja, ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Ich danke euch sehr für den Support unseres Kanals. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr die Videos hört. Also es wird gut gehört. Das finde ich total schön. Zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und ja, wir lieben auch den Austausch mit euch und danken natürlich auch für ein Like jetzt fürs Video. Und wir sehen uns auf jeden Fall die Tage. Und da habe ich jetzt erstmal als nächstes was, auch was Spannendes mit euch. Das geht so ein bisschen in die andere Richtung oder in eine ähnliche Richtung nicht. Es geht nämlich um das Thema Trennung und Trennung mit Kindern und ja, wie sieht das Leben eigentlich danach so aus. Und ist jetzt für die Leute natürlich besonders interessant, die auch Kids haben. Und super spannendes Video mit einer tollen Interviewpartnerin. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Habe ich schon gesagt, doppelt gemoppelt. Hält besser und ich freue mich auf euch in den nächsten Tagen.